Moin, euch was geht. Ich bin live auf Twitter, deswegen kommt ihr vorbei. Link zum Stream in der Beschreibung. Heute gibt es wieder Community Games, neben so auch 2i2s und sowas für halt den Keyboard-Grind. Und ja, dann ist das Stream ab nächste Woche Montag immer ab 17 Uhr, weil Problem ist, dass wenn ich jetzt anfange zu streamen, meistens um 20, 21 Uhr da die meisten halt offline gehen. Und deswegen lohnt es jetzt nicht mehr, halt sehr spät zu streamen und deswegen tue ich das nochmal komplett umkrempeln und dann halt um 17 Uhr dann anfangen. Aber ab Montag natürlich. Am Wochenende kann man das immer so anders machen, also Freitag und Samstag, weil da kann ja jeder so, wie er will, spielen meistens. Da sind die Streams normal, ob 21 Uhr, würde ich sagen, oder 20 Uhr, aber in der Woche ab 17 Uhr, nicht vergessen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Stream, bis gleich.